Als nächstes sehen wir ein nervöser Mensch... Die wollt leider! Jungs vor allem, die das ist. So, jetzt mal wieder. So, jetzt ein Moment, wo ihr euch? Also, der wird wieder etwas geredet. So, jetzt geht es noch ein paar Tage. So, jetzt geht es noch ein paar Tage. Also, jetzt geht es zu einem Film, der ihr euch immer noch! Das war die Tage! Vielen Dank.